und hier sind wir wieder bei world of subways volume 3 sind immer noch guter ich hoffe dass es jetzt hier funktioniert alles so bleiben wir jetzt auch die nächste Station ist Cannon Street, change die National Rail Service schon wieder Cannon Street nein das ist Embankment was denn? was? Cannon Street? es geht hier ab die Frau die sagt hier eine ganz andere Route an es ist kein Wunder dass man sie verfährt nein das ist nicht Cannon Street halt deine Klappe so oh man ich verstehe das nicht mh mh Otter Whale oder scheiße 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 wartet mal kurz ich habe es schon wieder falsch gemacht hier Moment äh lalalala Programm hier muss ich Otter Whale drücken oder nicht Enter Start des Menschen ne mh mh das ist jetzt Embankment machen wir mal so hier drücken wir hier mal Embankment rein oh man ey das gibt es nicht alles falsch gemacht Embankment so ok und Ding ist äh Edgar Dingenskirchen kein Ende wieso äh ich sehe die ah jetzt oh oh geh doch 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 fahren wir weiter jetzt ist richtig tch ich muss doch da unten aufpassen auf Otter Whale Road und so da kann ja nichts stimmen das ist nicht funktioniert das ist nicht funktioniert guck mal diesen Lichtkegel an hier im Tunnel voll cool oder? die nächste Station ist Westminster Change für die Jubiläe Line Exit für Westminster Abbey und Hausen Apartment bin ich jetzt auch richtig? ah ich bin richtig oh Gott sei Dank oh man ah ich bin richtig ja ja jetzt jetzt Mann warum nicht gleich so Gibt's doch nicht jetzt bin ich in Westminster ne? Genau hier richtig bis da hoch müssen wir fahren gut oh man so so wieder zu hier gut hier auch zu wieder na nicht nach hinten Türen schließen warte ah jetzt so weiter 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 jetzt darf nur noch 35 fahren und hier schaut's aus wie Sau oh oh nicht so schnell auch schön hier auf die Geschwindigkeit achten auch die nächste Station ist St. James' Park so so wunderbar wunderbar schön das freut mich so hier haben wir auch guten Überblick dass hier keiner angeklemmt wird ok wollen wir wieder zumachen ne? voll lustig hier so so zumachen weiter fahren durche und das ist jetzt die Aufgabe vom Springen oder was, na gut wollen wir's mal glauben Viktoria kommt jetzt Wunderbar, ist auch grün überall So, bleiben wir jetzt auch kommen wir schön hin Sehr schön Klappt doch wunderbar, oder? Und das mal nicht gut ist Okay Zumachen Und los geht's Weiter geht's Paddington Jetzt müsste Sloan Square kommen, oder wie es heißt Ja genau Ist jetzt ein bisschen weiter weg Kann man wieder 40 fahren Uh, uh, nicht so schnell Nicht so eilig hier So, auch dieses Spiel wird jetzt auch wieder öfters kommen Wie auch der Bus & Cable Car Simulator Wie ihr schon gemerkt habt Boah, quietsches Alter Falter Oh, brems ab, brems ab, brems ab, brems ab Oh, das ist Marie und Josef So Zack Aussteigen Hier Oschis Oh Gott Will keiner mehr Weiter geht's mit der großen Fahrt Jetzt kommt South Kensington Wie soll es Kensington Ja, Kensington Gott's Willen Lalalalalala La la la, de 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 de, bum bum bum, tschup 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 tschup, muss ein bisschen aufpassen hier, schön auf die Strecke umwacht geben da, nicht dass ich hier so schnell fahre, was ist das passiert, oh wir kommen raus, cool, krass, sehr cool, ist aber schwarz draußen, warum das, 9 Uhr 13, hm, egal, oh ich darf nur noch 30 fahren, nochmals runter, R30B Brems ab, Brems ab, oh, knapp So, warte mal ein wenig, Piccadilly, Piccadilly, so wie mach ich das jetzt, so oder was, ah ja ok, ok, keine einsteigen, komm wieder zu hier, Tür zu, so, komm weiter So, so, so geht es also 35, genau, mal schön aufwacht geben hier, nicht überschreiten Das nächste Station ist Kloster Road, change for the district line Müs müssen mal aufmachen Jawoll So Warten wir mal, bis sie ausgestiegen sind, die Damen und Herren. So, jetzt. Wunderbar. So, weiter geht's. So, jetzt sind wir auf der anderen Seite hier. Bin ich gar nicht rund. Oh Gott. Oh Gott. Hallo. Geht doch runter. Danke. Bin ich denn jetzt? Das fahr ich noch nie. Gras. Sieht aber cool aus. Verschiedene Linien sind es dann. Die kreuzen sich dann hier. Okay. Das wäre schön, wenn ich hier wieder schneller fahren könnte. Warum auch immer ich da so langsam fahren muss. Vielleicht kommen gleich die Ohre da von der Decke runter oder so. Oh, wir sind jetzt wirklich draußen. Guck mal. Schön, oder? Gefällt mir. Wow. Wow. Alter Falter. Sieht schön aus. Okay. Aussteigen. Aber irgendwie flirty. Was? Notting Hill? Okay. Oder da hinten steigen noch welche ein? Na komm. Steigt ein los. Jetzt. So. Fast. Weiter geht's. Jetzt sollen wir wieder 40 fahren. Gott sei Dank. Jetzt kommt noch die Hill Gate. Voll lustig. Spiel macht mir da richtig Spaß. Na, ich gerade. Wie schon angekündigt, würde ich mich auf mehr Kommentare von euch freuen. Damit ich auch mal ein Feedback bekomme von euch. Ist euch überhaupt gefällt alles? Na? Also ein bisschen mehr Aktivität bitte. Bei den anderen macht ihr es auch. Bei den anderen Let's Playern. Warum nicht bei mir? Bin ich so schlimm oder was? Will keiner. Hä? Deswegen muss ich aufmachen. Das schon. Also ich bin echt mal gespannt, wie der Nachfolger von dem Spiel wird. Weil das da hat schon eine Hammer Grafik hier. Mal gespannt, wie sie es umsetzen. Ich hab schon ein paar Screenshots gesehen. Ich hab schon mal gespannt, wie der Nachfolger von denen. Und das sieht echt geil aus. Hammer. Bin echt mal gespannt. Ja, ich bin echt mal gespannt. Ja, ich bin echt alt. Irgendwas mit Wasser. Müsste gleich da vorne sein. So. Sehr gut. Was gibt's denn da alles Deko oder was? Lauter Werbung und so. Okay. Zumachen. Ich weiß auch nicht, ob ich pünktlich bin überhaupt. Nee, ich bin gleich pünktlich still. Ankunft 30. Was? Ganz schwer werden. Jetzt kommt glaube ich Paddington und dann kommt Edgar Road. Genau, Paddington Circle. Genau, genau, genau. Jetzt wird ein bisschen weiter weg. Halber Kilometer. So, leicht abgrenzen jetzt. Boah, bremst du mal? Boah, bremst du mal? Ach, da war ich da schon, oder? Die ist becoming a wizard that you hook out now. Tch, haha. Gute Augen, Zug. So. Dann los mit dir zur letzten Haltestelle. Jetzt glaube ich kommt der in die Haltestelle, oder? Ja. Ja. Letzte. Fast einen Kilometer. Okay. Ein bisschen aufpassen jetzt auf die Geschwindigkeit. Vielleicht. Aber jetzt kommt die letzte Haltestelle. Vielleicht müssen wir da ein bisschen reduzieren. Ja, vorne 20. Okay. Ja, vorne 20. So. Sehr schön. Wunderbar. Na komm. Bleib stehen. Uff. Gut. Hurra, hurra. So. Tch. So, und jetzt? Moment. Sließen. Hm. So, was jetzt? Ich bin jetzt. Haben wir jetzt? Fahre mein Zweitort dann. Oder wie? Oder was? Outer Railroad. Gut. Dann jetzt? Was mache ich jetzt? Hallo. Hm. Verstehe nicht. Muss man jetzt die Zeit runterlaufen lassen, oder wie? Ankunft 9.30 Uhr. Warte mal, ich mache nochmal die Tür auf. Jetzt bin ich hier. Und jetzt? Krass. Also besser parken kann man hier nicht, oder? So wie ich das gemacht habe. Jetzt gehen wir nochmal hier rein, da. Genau. C. Achte auf Pünktlichkeit. Ja, ja, und jetzt? Was mache ich denn jetzt? Muss ich jetzt irgendwo hinfahren, oder wie, oder was? Ziel at the road. Ja. Bin ich aber. Und? Okay, jetzt warten wir mal, bis hier 30 steht. 9.30 Uhr. Na, warten wir mal. Vielleicht bringt es ja was. Vielleicht kann man ja irgendwo hingehen jetzt. Ja, da geht es nicht hoch. Nicht rauchen, bitte. Ah, hier geht es hoch. Lustig. Ah, hier kann ich noch zu den anderen Bahnsteigen gehen. Genau. Ja, ist komisch jetzt, ne? Ist jetzt blöd. Steht da was in dem Ding drin? Für Endhaltestelle. Huch! Gott. Bremsen. Halten. In der Regel außer Edgar Hood und Hammerspitt. Also außer also nichts, oder was? Hm. Also soll jetzt nichts tun, oder wie? sich veralbern. Okay, ich gehe nochmal nach vorne. Vielleicht bringt es ja was. Oder ich muss doch Endhaltestelle drücken. Kann auch sein. Ist noch nicht 30, ne? Jetzt warten wir mal. Jetzt warten wir mal kurz. Was das sagt. So, jetzt ist 30. Und jetzt? Vielleicht doch Endhaltestelle drücken. Warte mal kurz. Bei Erreichen der Station öffnen sie wie gewohnt die Türen. Es folgt die Standarddurchhaltung. Jetzt am DWE. Manuell die Taste 3. Und jetzt? Ausschalten, oder was? Hm. Hm. ich würde ihn gerne ausschalten erfolgreich absolviert okay dann sehen wir beim nächsten mal nächste aufgabe und zwar bauarbeiten wegen diverser bauarbeiten auf der strecke edgarwood und south kensington wurde pendelverkehr eingerichtet sowohl das fahren auf dem gegendleis als auch besondere langsamen fahrstrecken bedürfen deiner ganzen aufmerksamkeit und das sehen wir beim nächsten mal hier bei world of subways volume 3 tschüss